Moin Leute, hier ist Tim und seit einigen Stunden ist die Radeon RX 6500 XT offiziell released. Es gibt die ersten Testberichte zur Grafikkarte und seit 15 Uhr kann man diese Grafikkarte auch offiziell kaufen. Und ich kann euch jetzt schon vorweg sagen, wenn ihr beim Release jetzt nicht dabei sein konntet und euch auch keine Grafikkarte bestellen konntet, ihr habt wirklich nichts verpasst, denn es handelt sich bei der RX 6500 XT tatsächlich um eine der schlechtesten Grafikkarten der letzten Jahre. Und ich meine damit nicht nur performancemäßig schlecht, sondern das gesamte Package, was man bekommt mit dieser Grafikkarte, ist einfach, man kann es fast schon so sagen, ein Schlag ins Gesicht für viele Gamer und ich finde es wirklich sehr, sehr enttäuschend, was AMD da abgeliefert hat. Warum genau diese Grafikkarte so schlecht ist und ich sie fast niemandem eigentlich empfehlen würde, das klären wir jetzt im Folgenden. Ich hatte selbst noch keine RX 6500 XT zum Testen da, ich habe aber eine bestellt vorhin, tatsächlich auch zur unverbindlichen Preisempfehlung von 200 Euro. Das heißt, sollte diese Bestellung aufrechterhalten werden, man hat ja immer mit stornierten Bestellungen zu kämpfen bei der derzeitigen Grafikkartensituation, dann werde ich die Grafikkarte oder ein Modell davon auch noch auf meinem eigenen Channel hier vorstellen. Aber jetzt für dieses Video habe ich mich hier erstmal an Benchmarks anderer Tester bedient und zwar hier im konkreten Fall bei Hardware Unboxed. Der hat ein sehr, sehr interessantes und ausführliches Video zur RX 6500 XT heute rausgebracht. Das ist zwar auf Englisch, aber wenn euch die ganzen Details zur Grafikkarte und noch mehr Hintergrundinformationen interessieren, dann würde ich euch wirklich empfehlen, schaut euch das Video an, ist wirklich sehr interessant und stellt nochmal ausführlich dar, warum diese Grafikkarte tatsächlich so schlecht ist. Aber wir gucken uns jetzt erstmal unabhängig von den ganzen anderen Sachen, die man zur Grafikkarte sagen muss, die Benchmarks an. Wie schneidet dort die RX 6500 XT denn überhaupt ab? Wir sehen hier, Hardware Unboxed hat einmal mit PC Express 4.0 und 3.0 getestet. Warum er das gemacht hat, das erkläre ich auch gleich im Folgenden noch. Aber wir schauen jetzt erstmal auf den PC Express 4.0 Wert, weil das logischerweise der bessere ist und auch zeigt, was die Grafikkarte eigentlich kann und wozu sie von der Gaming-Performance imstande ist. Und wir sehen schon, dass die Performance tatsächlich schlechter ist als bei einer RX 5500 XT, was ja zumindest von der Namensgebung der Vorgänger dieser Grafikkarte ist. Also wir haben tatsächlich den Fall, dass eine Nachfolger-Grafikkarte schlechter oder zumindest nicht besser ist als der Vorgänger. Und wenn wir uns auch den Abstand zur RX 6600 anschauen, der ist auch wirklich extrem. Mit einer RX 6600 bekommt man fast die doppelte Performance im Vergleich zur RX 6500 XT. Also da klafft wirklich eine riesige Lücke zwischen diesen beiden Grafikkarten. Und das ist auch ein Grund, warum es so viel Kritik hagelt derzeit für die RX 6500 XT. Wenn man diese Grafikkarte zur unverbindlichen Preisempfehlung bekommt, also für 200 Euro, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis derzeit rein von der Gaming-Performance mit PCI Express 4.0 gar nicht so schlecht. Wenn wir uns nämlich die anderen Grafikkarten anschauen, der RX 5500 XT mit 4 GB, die kostet gebraucht auf Ebay so derzeit um die 230, 240 Euro. Das ist immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil nicht mehr so viele Grafikkarten davon gehandelt werden. Aber auf jeden Fall liegt die gebraucht schon über diesen 200 Euro. Und die GTX 1650 Super, die ja auch ungefähr in dem Leistungssegment mitspielt, die liegt gebraucht bei Ebay bei ungefähr 270 Euro. Also was das angeht, derzeit vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man sich die angesetzte UVP anschaut, sieht tatsächlich die RX 6500 XT gar nicht so schlecht aus. Aber vergleicht man die RX 6500 XT beispielsweise mit der RX 6600 oder RTX 3060, da liegen tatsächlich performance-technisch schon Welten zwischen diesen Grafikkarten. Die UVP der RX 6600 liegt ja bei knapp über 300 Euro. Klar, das sind schon gut 100 Euro mehr, aber wir bekommen halt auch fast die doppelte Performance und müssen nicht den doppelten Preis zahlen. Also die Grafikkarten liegen von der UVP gar nicht so weit auseinander. Noch frecher ist es aber, wenn man sich die unverbindlichen Preisempfehlungen der älteren Grafikkarten anschaut. Denn die RX 5500 XT hat damals, als die Grafikkarte released wurde, auch sowas um den Dreh gekostet. Und dementsprechend ist die RX 6500 XT gar kein wirklicher Schritt nach vorne. Und in manchen Bereichen tatsächlich sogar ein Rückschritt. Denn wir verlieren mit der RX 6500 XT Features, die ältere Grafikkarten schon noch dabei hatten. Beispielsweise ist die RX 6500 XT nur mit vier PC-Express-Lanes angebunden. Das ist auch der Grund, warum die in PC-Express 3.0 Systemen so schlecht abschneidet. Denn dort steht mit diesen vier PC-Express 3.0 Lanes einfach nicht mehr genug Bandbreite zur Verfügung, um quasi die gesamte Performance dieser Grafikkarte abrufen zu können. Das heißt, wer ein älteres System hat und gehofft hat, eine günstige Grafikkarte hier zu bekommen, auf die man upgraden kann, der kann schon mal sich die RX 6500 XT sowieso abschminken, kann einen großen Bogen drum machen. Denn die PC-Express 3.0 Performance ist dafür einfach zu schlecht. Was noch dazu kommt, die RX 6500 XT unterstützt beispielsweise kein Hardware-Encoding, das heißt also kein Hardware-Video-Encoding, das heißt Spieleaufnahmen über den Grafikchip sind nicht möglich, zum Beispiel auch Features, die ältere Grafikkarten in dem Preisbereich schon hatten, die eigentlich auch alle anderen aktuellen Grafikkarten haben, da muss man auch verzichten. Und der Hammer dann noch dazu, dadurch, dass die RX 6500 XT eigentlich als, oder der Grafikchip dort drin eigentlich als Notebook-Chip designt wurde, fehlt es beispielsweise auch an Monitoranschlüssen hinten, denn die Grafikkarten, die Modelle der RX 6500 XT besitzen nur einen HDMI und einen Displayport-Ausgang. Also diese gesamte Grafikkarte macht wirklich den Eindruck, als hätte AMD sich zwischendurch überlegt, ja, irgendwie müssen wir jetzt mal ein günstiges Modell rausbringen, aber das darf auch nicht zu teuer sein und wir wollen auch ein bisschen was daran gut verdienen und ja, wir packen jetzt einfach diesen Notebook-Grafikchip in eine Desktop-Grafikkarte, reduzieren da Features, um den Preis möglichst weit zu drücken und letztendlich kommt da so ein Produkt bei raus, was man wirklich guten Gewissens eigentlich kaum empfehlen kann. Also wer diese Grafikkarte für 200 Euro bekommt, da ist es tatsächlich noch okay, aber sobald der Preis, ich sag mal, über 250 Euro liegt, braucht man sich die Grafikkarte eigentlich gar nicht mehr anschauen, da kann man dann lieber nach einer älteren gebrauchten Grafikkarte schauen, denn die haben wenigstens alle Features, die so eine Grafikkarte heutzutage haben sollte, mit an Bord und da muss man sich nicht mit so einer beschnittenen Version zufrieden geben. Was ist eure Meinung zur RX 6500 XT? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin wirklich sehr enttäuscht, werde die Grafikkarte aber trotzdem noch testen, falls sie bei mir ankommt und ja, ansonsten war es das jetzt von mir zu meinem ersten Eindruck zu dieser Grafikkarte. Ich bin raus, haut rein!